Was ist das denn für'n Ding? Ach komm jetzt, gib doch mal was Gutes! Was ist denn das denn? Was ist das denn für'n Ding? Was ist das denn für'n Ding? I believe I can fly! Aua! What the fuck? Wo bin ich denn jetzt? Was ist das denn für'n Ding? Ja, bin tot! When it comes from me and you are not the same This is so far from a game Ach! Also ob wir hier teammäßig uns irgendwie kaputt machen Ha! Guck dir das mal an, der eine ist nur Level 4 Das ist ja easy Ey, was musst du jetzt machen? Ey, ich will überhaupt hin! Ach du musst auswählen! Mach mal E-Werk oder Funk-Funk Oh, ein Funk-Funk, ehrlich Sven Man sagt Startpunkt Ich bin jetzt eh weggegangen Ich auch Sven sucht ja aus, also easy Nee, du auch, oder nicht? Nee, du Warte, du bist auch Spieler, hä? Ja, weil es noch fünf Sekunden sind Auch die anderen müssen wählen dürfen Ah, okay Mach dir nicht ein auf Trump! Stop the count! Meins! Ich hab'n... Öffnen Alles klar! Hau rein, Leute! Ich will kein'n... Ah, ich war jetzt nicht drin Weeeeee! Alles klar Das wird nur furchtbar Kann man durch den Wend Jawohl, Achtung! In den Schach kann man erst reingucken, wenn man drin ist Ja Ja Okay, überall ist das einer Ja Wir machen die, überraschen die jetzt Pass auf Die kommen! Die kommen, Leute! Die kommen! Weg mit den! Ich bin oben! Leute, ich bin down! Ich bin down! Einer ist fast low! Einer ist low! Wir können mich noch oben Sven machen erst! Nooo! Ja, was ist da passiert? Wer ist da einer von euch noch? Okay Ich bin tot Aber hey, hast du am meisten Schaden gemacht! Und zwei Sekunden ab dem länger überlebt als ich! Wer wollten wir mal wegencarryen? Hey, du hast gecarried, du hast zwei Sekunden länger überlebt! Ja, aber ich habe mich selber umgemacht mit dem Raketenwerfer! Da kamen, glaube ich, so 20 Raketen raus! Da! Oh! Ripp! Ripp! Das ist Ripp! Ciao! Nee, wir haben auch die Grünen da! Ja, das ist der Champions League! Das ist der Klasse! Die sahen richtig glücklich aus! Hm! Ich habe einen Pampel! Immerhin! Ah! Man hat ja hier so einen Ninja-Rope! Easy! Wiii! Ich habe... Wir haben... Hau rein Sven, ich gebe den Fahrstuhl! Ah, ne! Ich fahre nach oben! Ich fahre nach oben, nicht nach unten! Oh, oh! Ich komme! Woah! Ich komme wieder! Oh! Warte, wie viele rote Punkte! Ich habe es gehabt! Weg mit dir! Wie viele! Sven! Weg hier! Muss nachladen! Warte mal! Moment! Wow! Wow! Was ist das? Was ist das? Das ist das Leben! Äh, hier ist eine Kiste, bitte! Lass mich! Sven, weg hier! Oh, ich habe was Schönes gefunden! Rücks hoch! Rücks hoch! Kisten! Meins! Was ist das? Da vorne liegen Heike... Da liegt der Heike... Da liegt der Heike... Da kommt sie! Höppel! Hallo! 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 Oh! 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 Sch caption! Das habe ich eine Warme- Mensch Hallo! Heike.. Wie mache ich das Schaden, die oder mir? Den oder... Zack! Ich... Der war halt ein Raketenwerfer! Warte kurz über Waffe wechseln! Ich bin tot. Janik, du bist tot neben mir. Schein in der Regel ist der Carry durch. Ja, 5 Scores, lieber. Nein, ich bin tot. Ich hatte keine Muni mehr. Ich warst du gecarried, Janik. Ja? Moment. So ganz knapp. Jawohl, easy. Wir müssten aber meine Eliminierung schaffen. Sven, schon wieder letzter Schwachverlierer. Wie, schon wieder letzter? Alles klar, Dachspitze, sehe ich uns. Wieso darfst du denn ständig aussuchen? Welch krass, Ben. Warum darf ich nicht aussuchen? Ich war gerade der krasseste von uns. Ja, einmal. Warum war ich das immer? Alles klar. Ich schummel die Kiste da oben. Okay. Okay. Ich habe einen Renate. Easy. Hilf euch. Dung. Weg. Stund. Nein. Zwei sind down. Wir sind die krassesten im Liga. Zwei, noooo. Ja, nicht, bin ich wieder. Alles klar, easy game. Schein und ich haben Kills. Und du Sven, du liegst da rum. Easy. Versorgungspaket im Ampflug. Da sind immer Waffen drin. Aber wo Waffen drin? Oben sind die, ne? Die kommen! Wow! Hit out, hit out! Ich bin... Oh, ich bin noch nicht down. Wir werden blockiert. Ich bin down. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Wir haben alle einen Kill gemacht. Na gut, das kennen ich. Ja, hier ist ein Level 2, Herrsch. Park oder Parkplatz? Park. Park. Okay. Janik, flischest du vor uns? Nee, hab ich sehen Gegner. Martin. Ich sehe Martin bei mir. Komm, den machen wir Platz. Dann bist du ganz hin. Martin ist auf dem Parkplatz, oder? Wir müssen das machen. Oh ja, den sehe ich jetzt auch. Da kommt Martin. Ach, irgendwie. Komm, wir holen uns den. Martin, warte noch. Komm her, Martin. Kannst du nix, Martin. Fick dich. Fick dich, Martin. Der ist tot. Martin. Mach nicht. Da kommt noch einer. Martin. Boah. Erster Kill. Easy. Weg. Der ist geflüchtet. Pass auf. Der hat die Granate geworfen. Sorry. Die schießt auch mit dem Plaster Blaster. Bei mir ist ne Erfahrung. Hilfe. Aua! Ich hatte die selbe Idee wie ich. Der hat zwischen tausend Bananenbocken. Kann mich einer mal ihn retten? Also, bei mir bei ner FK-Spieler. Ich hab mit dem die Zeit genutzt. Der war Ruhe. Weg mit dem. Rettet mich. Los Sven. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Oh, so einen letzten Moment. Sven heute noch. Aua. Danke. Ich bin echt froh. Scharfwerfer. Komm. Mäh. Mäh. Ich liege. Mäh. Mäh. Ey, da kam einfach direkt ne Bananenbombe in mich rein. Aua. Aua. Ich liege schon wieder. Ich bin tot. Komm, Janik. Du schaffst das. Komm. Jawoll. Kurz raus geschafft. Alles klar. Du solltest dich jetzt heilen. Da kommt jetzt auch ne Zone hin. Womit denn? Achso. Links von hier ist noch nicht. Im Reaktor. Da ist noch frei. Pfff. Pfff. Ja, die Unendlichkeit. Und noch. Oh, Scheiße. Wo bin ich denn? Wo stehst du denn? Du bist noch auf der Dachspitze. Haha. Unplayed. Keine Sorge. Da ist glaube ich keiner. Habe nichts gesagt. Das ist jetzt keiner. Hallo. Spiel auf Zeit. Hehehe. Er ist allein in den ganzen Schaften. Er hat sich selbst gesprengt. Hast du ihn gerade umgenietet? Ja, sicherlich. Nein. Ich kam da nicht mehr weg. Wieder Zweiter. Ja, es war aber auch überall ne Gastone. Also... Hätte jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht. Ja. Und... Das Siegerteam hat nur einen Kinn. Ich habe fünf. Hehehe. Easy. Der Schaf hat einfach geregelt. Er hat von Schaf reinballe fertig. Hehehe. Hehehe. Dein? Scheinlich. Du kannst die drunter aussuchen. Wo willst du hin? Ich will auf dem Parkplatz. Dann kann ich mich hinter den Autos verstecken. Alles klar. Ja, ich hab direkt den Plasma Blaster. Ich auch. Ah ja. Ich hab noch gar nichts. Haha. Ich hab noch zwei Jetpacks. Haha. Unten waren zwei Jetpacks. Haha. Oh, über uns? Ich hab gerade ein Tauschen. Oh, da. Nimm ich. Oh, oh. Aua. Alter. Ich schieß überall hin und nicht da, wo ich hinschießen will. Oh. Bei uns ist einer. Mit. Da. Oh. Oh. Oh, oh. wir haben das versteck gefunden und das schöne ist ich kann aus dem versteck rausschießende ich hatte auch nur ein schuss da habe ich nichts mehr was wir gewinnen so ich habe noch 80 schuss mit dem ding ok das habe ich auch mehr schluss 3 was top 3 fliegt meine kugel ich treffe immer den schwender mit warum sagt er dreimal an dass es noch drei übrig sind alter das ding kann einen so leicht selber umbringen naja guck mal da ist ein lutscher das war nicht meiner das habe ich gesehen das rot da will es aber einer drauf anlegen hier kommt meine antwort dieser barrikaden krieg hier gerade alter das ist ein plasma kampf hallo hallo ich bin am boden steck doch gar nicht hallo Sven hallo ne da ist schreibt er auch wenn du jemand anderen auf dem boden kattappiert hast das ist reiner glück basierter kampf ja wohl ich finde das ganz sehr scale basierter kampf hallo wir schaffen das das wird der win leute das ist die runde ich kann mich noch einmal gegen halten im zweifelsfall vor allen dingen das gegner team ist ein zweier squad weil es sind nur noch fünf leute am leben vier komm nur noch ein gegner wo bist wir denn hin wir haben gewonnen jawohl easy ich habe einen kühl mehr aber du hast vier schaden mehr wer von uns beiden hat gewonnen ja unentschieden die plasmablaster haben es geregelt easy einfach random reinballern mit dem plasmablaster das trifft schon großer gänseblübchenhut gibt es dafür da sehe ich mich es gibt einen hut dafür ich will den sehen gib mir den hut ich habe einen rosa gänseblübchenhut ich will auch ich habe einen banner bekommen der gibt es nur für gewinner Sven es gibt einen hoodie guck dir meinen Hut an Sven alter der ist schön ja ne rosa gänseblübchenhut der ist meta jetzt vor allen Dingen was man sagen muss wir haben alle drei noch am ende gelebt ja mh bunker plasma combo ja das ist riveter mit dem plasma blaster in irgendeine ecke stellen und einfach rein schießen haben es genau berechnet wie der dann fliegt und dann gewonnen das ist das ist das ist Bis zum nächsten Mal.